Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 5. Februar 2015. Mein Name ist Norbert Giesow. Heute am Donnerstag ist der Mond ins Zeichen Jungfrau gewechselt, hier gerade mal im ersten Grad, wo er die nächsten zwei Tage bleiben wird, bis der Mond dann am Sonnabendabend kurz vor 20 Uhr ins Begegnungszeichen Waage wechselt. Außerdem ist morgen am Freitag die Opposition der Sonne mit Jupiter perfekt. Sonne und Jupiter stehen sich demnach im Tierkreis gegenüber. Über Jupiter, ja bekannterweise der größte Planet unseres Sonnensystems, etwas zu klein, um selbst eine Sonne werden zu können. Der Göttervater, der sich zur Zeit in seiner rückläufigen Phase befindet. Sonne, Jupiter kann immer zur Übertreibung neigen. Das heißt, die Dinge können sich als größer darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Das bedeutet auch, wenn wir in diesen Tagen bestimmte Pläne haben, dass die auf ihre Realisierbarkeit überprüft werden sollten, weil, wie gesagt, Sonne Jupiter zur Übertreibung neigt. Jupiter hat aber neben dem, dass er für Größe weite Ausdehnung steht, auch einen Bezug zur Religion und letztlich dahinterstehend noch zur Sinngebung. Also, wie man oft dem mit dem Jupiter verbundenen Schützen nachsagt, ist es ja so, dass sie ja alles können, wenn sie denn die dementsprechende Motivation finden. Die Motivation im Leben besteht ja oftmals auch in einer gewissen Sinngebung. Ich mache das und das, weil ich mir davon das und das verspreche oder ich sehe einen gewissen Sinn da drin, wenn ich das und das mache. Wenn wir genau darüber nachdenken, sind eigentlich viele Regionen, selbst das Karma-Gesetz und andere Dinge darauf aufgebaut. Mit Sonne Jupiter geht es darum, die Sonne bringt es an den Tag, die Sonne beleuchtet die Dinge immer, diesen Sinn auf die Spur zu kommen, ihn zu beleuchten, herauszufinden, was macht für uns eigentlich Sinn, beziehungsweise was treibt mich an, die Dinge zu tun, mein Leben zu führen. Und das kann eben auch bedeuten, dass sich manches als sinnlos herausstellt, dass sich manche Sinngebung überlebt hat und hier ein Umdenken erfordert. Das gleiche gilt eben auch für bestimmte Religionen, die ja eigentlich auch dafür gedacht sind, uns einen Sinn im Leben zu verleihen, die dann sich aber irgendwann davon abkoppeln und sozusagen wie im luftleeren Raum schweben, die sie haben dann auch ihren Sinn gehabt. Da gilt es auch, genau hinzugucken und alte Zöpfe abzuschneiden. Begleitet wird das von einem Mond in der Jungfrau, der die nötige Nüchternheit beisteuert. Nach den Tagen mit dem Mond im Löwen und dem Vollmond geht es halt mit dem Mond in der Jungfrau, die Kräfte wieder zusammen, sich zu regenerieren, sich zu erholen. Was das auch für den Einzelnen jeweils bedeuten mag, es ist ja ähnlich wie Ernährung, was ja auch ein Thema mit dem Mond in der Jungfrau ist, ist es ja für jeden etwas Unterschiedliches. Wir möchten zwar immer alles über einen Kamm scheren, aber für den einen kann die eine Ernährungsweise perfekt sein und für den nächsten kann die gleiche Ernährungsweise sogar schädlich sein. Hier, wie auch im individuellen Horoskop, gilt es halt, dass wir unsere ganz eigene Form finden müssen, auch wenn das bedeutet, dass wir uns vielleicht von der gängigen Meinung oder der Meinung von Freunden absetzen müssen. Und das ist eben mit Mond in der Jungfrau gilt es halt, unseren ganz eigenen Weg der Integration, der Anpassung zu finden. Wie schaffe ich es, dass meine körperlichen, seelisch, gefühlsmäßigen und geistigen Ansprüche und Prozesse sich nicht gegenseitig blockieren, sondern perfekt ineinander laufen? Wie regele ich meinen Alltag so, dass er für mich gut funktioniert? Also Mond in der Jungfrau auch immer eine Möglichkeit, über Bewusstheit in dem Körper zu Heilung zu kommen. Gut, das für heute am Donnerstag, morgen am Freitag, ja für diejenigen, die meine Tageshochskurve öfter sehen oder sie sogar regelmäßig verfolgen, morgen am Freitag dann der Ausblick auch aufs kommende Wochenende. Ich wünsche uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss, bis dann!